Der Lokaya ist eine Pferderasse orientalistische Abstammung aus Tatschikistan. Hintergrundinformationen zur Pferdebewertung und Zucht finden sich unter Exterieur, Interieur und Pferdezucht. Exterieur Der Lokaya ist nicht sehr einheitlich, im Norden und Süden findet man zum Teil unterschiedliche Merkmale. Der Kopf ist manchmal grob und weist keine Zuchtmerkmale auf, meist ist er kurz mit einem geraden Profil. Der mittellange Hals ist dünn und oft ziemlich tief angesetzt. Der Widerriss ist mittelhoch und breit. Die Lenden sind gut bemuskelt, die oft abfallende Kruppe ist lang und gut bemuskelt. Die Brust ist breit und tief. Die Vorderhand ist oft gespreizt und die Hinterhand kuhässig. Das Stockmaß reicht von 142 bis 150 cm. Die häufigsten Fellfarben sind braune, Schimmel und Füchse. Das Fell der braunen und Füchse hat häufig einen goldenen Schimmer. Die oberflächlichen Haare des Fells sind charakteristisch gelockt. Interieur Der Lokaya ist ein sehr hartes Pferd mit guten Bewegungen. Es handelt sich um ein sehr ausdauerndes und schnelles Reitpferd unter dem Sattel und auch mit Gepäck. Auch bei nationalen Sportveranstaltungen wird er eingesetzt. Er ist spät ausgewachsen, spricht aber gut auf verbesserte Haltung und Fütterung an. Der Lokaya hat ein munteres Temperament und einen guten Charakter. Zuchtgeschichte Der Lokaya entstand im 16. Jahrhundert, als der usbekische Lokalstamm begann. Die einheimischen mittelgroßen Steppenpferde vor allem mit dem Iomut Pferd zu verbessern, aber auch Ach-Al-Tekina und Karabaya wurden eingekreuzt. Später wurden arabische Hengste aus Bukhara vor Ort gebracht, um mit ihnen die Rasse nochmals zu verbessern. Inzwischen wird im Tatschikistan eine neue Reitpferderasse entwickelt, in dem Lokaya-Stuten mit arabischen und englischen Vollbluthengsten gekreuzt werden. Gelocktes Fell ist häufig bei mittelasiatischen Pferderassen zu finden. Es ist nicht so hochwertig wie das Lammfell des Karakulschafs, es wurde aber dennoch einiges für gelockte Fohlenfelle gezahlt. 1959 wurde mit dem damals neunjährigen Goldfuchsfarr vor der Stammvater des lockigen Fells in der Lokaya-Zucht entdeckt. Er war ein typischer Lokaya, der am ganzen Körper gelockt war. Von 1955 bis 1970 wurde mit ihm intensiv gezüchtet, die meisten seiner Fohlen hatten ebenfalls gelocktes Fell. Die Grundlage für eine organisierte Zucht gelockter Lokaya-Pferde war geschaffen.